Das 75 Millionen Coins SPB kam mal wieder super an. Und daher haben wir heute das 80 Millionen Coins SPB mit dem krassesten Discard jemals auf meinem Kanal. Ihr sucht die günstigsten EAFC24 Coins, dann checkt MMOEXP ab. Dort bekommt ihr die günstigsten EAFC24 Coins. Mit dem Code Fabio spart ihr dazu noch 5%. Erster Link in der Beschreibung. Yo Leute, unheimlich. Willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute ist es endlich soweit. Ich hab's eben schon erwähnt, dass 80 Millionen Coins SPB steht an und mit dabei ist Cenk, was gibt. Alter, 80 Millionen, ich gar nicht mehr. Ich will gar nicht. Kann ich hier noch raus oder wie sieht's aus? Nee, ich glaub wir müssen jetzt hier drin bleiben, Freunde. Das wird's ein ganz, ganz verrücktes Ding heute. Wir haben beide Angst. Wir haben auch grad bei Cenk schon eine Folge gedreht. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Da gab's schon einen brutalen Discard. Und wenn euch das Video hier gefällt, sehr, sehr gerne einen Like da lassen. Ja, ich sag mal, so bei 400 Likes kommt das 100 Millionen Coins SPB, Freunde. Pusht ein bisschen rein. Abo nicht vergessen, sehr, sehr wichtig. Und dann können wir rein starten, Cenk. Möchtest du zuerst reinhalten oder soll ich? Fabio, ich versteh dich nicht. Du hast bestimmt die letzten 10 SBBs alle verloren und du willst immer höher gehen mit den Coins. Du willst es wissen, ne? Ich will's wissen. Ich will diesen roten R9 heute in der SPC drücken, glaub ich, ne? Ich steh halt rein. Und ich sag ehrlich, ich bin halt auf obvious Tipps gegangen. Einen davon schreibst du immer auf, weil du ein falscher Fuffi bist. Ja, ähm, du wirst aber bei mir niemanden raustraten. Ich seh gerade, ich hab sogar hier die falsche Forma drinne. Ähm, ich hab dir aber schon die richtige gesagt, die 433. Da hast du ja auch aufgeschrieben LF-RF, ne? Ja, ich hab LF-RF aufgeschrieben. Perfekt. Okay, ich bin nämlich mit einer richtig Undercover-Karte gegangen. Denk linker Flügel. Ich wusste nicht, dass er LF kann. Ich zock ihn aber heute mal da. Ähm, Alfonso Davis Flashback. Auf dem linken Flügel einfach. Und im rechten Flügel. Äh, eine Karte, die man aufschreiben kann, die du haben könntest. Ähm, Hansen. Hey, er sagt, kannst beide nicht haben, kommt er mit Hansen, ne? Ne, ich meine, Hansen kannst du haben. Hansen, dies auch völlig. Alter, okay. Neuen Hansen und Davis Bruder ist ja jetzt schon. Ne, Herr Hansen ist aber, äh, die Team-Optimikate habe ich am Start. Also die ist 1,1,2 Euro oder so. Ah, okay, dann bist du jetzt aber trotzdem schon mal 17.5, ne? Jo, okay, ja, ne, äh. Äh, ja, ne, Mbappé und Salah habe ich aufgeschrieben. Oh, Mbappé und Salah sind gute Stichworte, denke ich halt meine Board mal in die Cam. Ähm, ne. Hallo, bitte nicht. Wie, bitte nicht? Ne, bitte nicht. So, etwa in Hamburg? Links Flügel Mbappé. Rechts Flügel mache ich nicht mehr den Fehler, weil du wirst denken, dass ich irgendwie versuche, Salah mitzuschnicken, weil du weißt, ich kann, also weil du weißt, ich nehme jetzt eh best mit, aber du wirst trotzdem Salah aufschreiben, glaube ich. Mach das irgendwie Sinn, aber ich nehme best mit, so. Du hast eh Salah auf dem Board. So, Mbappé, best und im Sturm, mein knackiger, knackiger Panzer Haaland. Ich denke, es muss doch irgendwann wieder klappen. Irgendwann muss doch wieder dieser Tür bei dir drinnen stehen. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Und ich bin jetzt schon bei 10, 20, 25, 27 Millionen oder so. Naja, aber 5 Millionen davon kannst du rausnehmen, weil Mbappé steht auf meinem Board, mein Lieber. Hast du Mbappé? Ja, klar, da kommen die Torwart rein. Nein. Und dann habe ich noch unseren Lieblingsspieler aufgeschrieben, Cenk. Johann Kräufe. Aber leider spielt sie nicht mehr. Ich hätte einfach Reparier nochmal sehen, nehmen müssen. Ist vorwart oder was? Ja, gönn dir den Torwart. Ich weiß nicht mehr, welchen Torwart ich nehmen soll. Martin hat nicht geantwortet. Richter hat nicht geantwortet. Smash ist die nächste Mission. Smash ist die nächste Mission, er ist drin. Okay, gut. Dann ab zu den Mittelfeldspielern, Freunde. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Jetzt knalle ich dir den raus. Jetzt knalle ich dir den raus. Cenk, ich glaube, das Einzige, was du knallst, ist dein Board gleich wieder auf den Tisch, weil das kannst du eigentlich wieder runternehmen. LZM. Oh, obwohl ich nehme alles zurück, die könntest du sogar haben. Du Tejas steht nämlich da. Scheiße, das habe ich irgendwie nicht bedacht, dass die voll auffällig ist. Ich muss mehr auf die Connections achten. Hansen, das war ja so krank auffällig. Scheiße, ich packe Board runter, ich habe eh keinen. Ja, Connections ist aber ein gutes Stichwort. Rechner ZM, Joshua, Kimmich, diese UCL-Karte. Glaube ich aber nicht, dass du den aufschreiben wirst. Warum? Zu wem connectet der? Zu Davis, Davis LF. Oh, ja, mach weiter. Cenk, das Alter, ist nagt. Ich habe es dir schon immer gesagt, ist nagt. Kommst du auch noch rein. Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, und im mittleren ZM, Xavi, Toti-Icon. Ach, lass mich in Ruhe. Toti-Icon habe ich aufgeschrieben. Sabah, Bruno Fernando als SPC und Rollet als normale Icon. Mann! Und das ist schön, Cenk, und das ist schön. Und weißt du, was noch schöner ist? Wenn bei dir noch gleich zwei Bronze ZMs im Team stehen. Mein Wort ist oben. Aber ich sage ehrlich, heute könnte ich durchkommen, weil ich habe eine Kombi aufgeschrieben. Die ist FIFA 23-like und FIFA oder FC 24-anfang-like. Lange nicht mitgenommen, diese Kombi, sage ich ehrlich. Icon 92er, rote Karte, Zidane, sogar rot. Also wenn der heute baden geht, ist es sehr traurig. Und rechter ZM, eine Winter Wildcard-Icon, die immer noch über drei Millionen Münzen bringt. Ich weiß nicht, wie und warum und was. Also die SPC hat es auf jeden Fall in sich. Rollet. Ja, das ist natürlich sinnlos. Ich bin gegangen mit Bellingham und dann, als du gesagt hast, FIFA oder EA FC 24-anfangskarte, sind bei mir, wie sagt man das, die Leuchten aufgegangen. Der Bräune. Nee, Zawa habe ich aufgeschrieben, Cenk. Ich dachte, die kommt heute wieder mit der Toti-Variante. Ich wollte Zawa statt Zidane spielen, aber dachte ich mir, nee, Zidane bringt noch mal ein paar mehr Coins. Ich habe eh noch so ein paar hundert K gebraucht. Ja, okay. So habe ich Glück gehabt. Habe ich Glück gemacht. Habe ich einen guten Move gebracht. Außenverteidiger. Mein Board, denke ich, ist in der Camp. Du kannst. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, Rechtsverteidiger ist ein klassischer Move. Kannst du halt leider wirklich haben. Zanetti. Ich werde den auch immer wieder mit dem, wenn Bessi drin ist, sage ich ehrlich. Linksverteidiger. Roter Maldini. Also es wären mit Mbappé drei rote Karten drin gewesen. Und bei Mbappé spielt er nicht. Ich hoffe, ich darf wenigstens Maldini behalten. Mann. Ja, Maldini darf es tatsächlich behalten. Ich bin einfach mit den Tipps gegangen, die du eben in deiner Aufnahme gespielt hast. Kurzer Spoiler. Davis und Zanetti auszuhören. Ja, das heißt, Zanetti kann Gott sei Dank raus, aber links ist halt Davis am Start. Aber das ist ein Bruch. Hör doch auf. Ohne Sinn. Richtig, Cenk. Nur so kann ich, glaube ich, gegen dich gewinnen, Alter. Ich muss irgendwie beim Team Bauer halt performen. Ich spiele meinen Arabisch Bruder. How's Howey. Ich habe keinen Plan wieder auf. Ich glaube, How's Howey. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, um ehrlich zu sein. Aber How's Howey, keine Ahnung, ist drin. Ich halte rein. Ja, ich bin auch hier an der Cover gegangen. Das ist das Geile. Ich feiere, muss ich echt sagen, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Aber ich feiere die Coins-SBB-Teams bei mir momentan richtig doll, weil die halt doch sehr unauffällig sind an vielen Stellen. Linksverteidiger eröffne ich eine neue Liga mit der Hero-Karte von Riese, UCL oder Rice oder wie auch immer der heißt. Und Rechtsverteidiger, eine Icon, halte ich jetzt zur Auswahl. Kafu, Kapita, Zanetti. Ich gehe aber mit Kapita. Nein, ich werde gebrochen heute. Ich hoffe, ich werde nur beim Teambau gebrochen. Ich bin nämlich im Spiel und wenn du das Karten so brichst, wie beim Teambau, dann ist es auf jeden Fall over. Kafu habe ich mitgenommen. Und du brauchst doch 20 Millionen oder so an Coins. Ich habe Theo aufgeschrieben. Was soll denn in der Innenverteidigung jetzt passieren, Junge? Also, holy shit. 20 Millionen musst du noch irgendwie so einbauen. Deswegen bin ich jetzt echt verwundert, was du da jetzt machst. Ja, okay, Freunde. Gut, dann würde ich sagen, ab von den letzten Positionen. Also, es gibt nur diese Lösung. Ich sage ehrlich, es gibt nur diese Lösung. Das muss. Sonst macht es kein... Also, es geht nicht anders. Cenk, ich muss dir was beichten. Ich habe gerade schon gezittert, als du darauf angesprochen hast, dass ich noch so 20 Millionen Coins brauche. Ja, du hast Van Dyke drin. Mann, ich habe genau gehofft, dass du es irgendwie nicht siehst, dass du irgendwie so ein bisschen auf lustig deine Karten aufschreibst und nicht beachtest, wie viele Coins ich noch brauche. Aber du hast es gesehen, Cenk, es war ein Fehler von mir. Mann, ich habe zu viel in deinen... Oder du hast die ganze Zeit nur so billige Karten mitgenommen. Hansen in Form und so nur, hä? Ich habe zu doll in deine, wie sagt man das, Naivität oder so vertraut, dass du irgendwie da nicht drauf achtest. Ja, Virgil van Dyke kann ja anscheinend auch direkt wieder raus. Dann habe ich nochmal für die Coins Rio Ferdinand, könntest du dann maybe auch haben, aber da gibt es auch Alternativen wie Maldini und so. Und im Tor dafür wieder Undercover mit Hugo Lurie. Ach, scheiße. Ich war auf dem richtigen Weg. Also ich habe Van Dyke natürlich, Torwart kannst du dahin klatschen. Dazu möchte ich nochmal sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, Leute. Dann Dias Team of Dear und im Kasten noch eine Team of Dear Karte. Alisson, also du darfst die anderen beiden behalten. Ja, da habe ich aber ein Auto in der Innenverteidigung. Was sagst du dazu? Ein Auto, ein Auto. Ein Suzuki habe ich ja eine Innenverteidigung. Achso, Suzuki, Junge. Verrückt. Ja, gut, weil ihr seht die kompletten Teams, wir laden uns ein. Ich bin gespannt. Nee, ich muss auch noch reinfüllen. So, ja, gut, ich war gut, Chat passt, ist alles gut. Gut, ich halte ein Hero. Erste Karte ist ein Hero. Bei mir auf dem Kanal hatte ich den kleiner Spoiler. Und hier nehme ich den, Lucio. Cool. Ich glaube, kommt man nicht mal so immer drauf, weil der ist halt auch irgendwie undercover geworden. Spielt man nicht mehr so oft. Ich brauchte Coins, du wirst auch einen teuren IV aufgeschrieben haben. Robin Dias, Matthäus, wen auch immer. Ich habe Ferdinand mitgenommen. Und im Kasten noch eine Icon. Kann ich mich für vieles entscheiden. Yashin, Van Nistelrooy, Schmeichel. Van Nistelrooy werde ich niemals spielen. Yashin finde ich cool, aber ich habe Schmeichel mitgenommen. Ach man, das ist so ärgerlich, ey. Das ist so ärgerlich. Ich bin gegangen mit Van Dijk. Das wäre so die teure Karte gewesen. Dann hatte ich bei mir im Verein die gute Bright gesehen. Habe ich gedacht, schreibe ich die auch mal auf. Und im Kasten mit einer Icon Jank. Aber leider Edwin Van Nistelrooy. Ja, wichtig. Immerhin. RF und LF und RV bei mir, ne? Bei dir? Bei mir, ja, nur der Innenverteidiger, genau. Das heißt, Freunde, jetzt seht ihr wirklich die kompletten Teams. Wir laden uns wirklich ein. Und ich bin sehr, sehr gespannt und ein bisschen am Zittern, muss ich sagen. Okay, Freunde, noch einmal das komplette Team. Uff, okay. Zwei Bons bei dir. Suzuki Macher. Der würde sich heute brechen, Jank. Dieser rote R9, ne? Sag ehrlich, der sieht aber schon sexy aus. Na, der ist schon krass. Der ist schon krass. Okay, dann, let's go, Freunde. Ich bin gespannt. Oh, ja, geiler Ball. Alphonso Davis, du hast ihn ausgelacht auf den... Ach, scheiß drauf. Reden kann ich nicht, schießen kann ich nicht. Das ist doch alles Müll. Das kannst du eigentlich. Ja, das sollte man sich echt fragen. Wo bekasseln kannst du? Ja, ich ziehe doch mal an, Jank. Ja, Digga. Ja, Digga. Oh, sorry. Story. Sorry. Unabsichtlich. Nein. Nein, ich dachte, er macht wenigstens so einen geilen Volley. Nein. Nein. 2,0 im 80. Mio ist gewählender 15. Fabio, straff dich. Digga, das ist zu viel. Jetzt aber R9. Jetzt aber R9. Ey, Paul. Ja, geht rot. Ja. Er gibt rot. Oh, mein Gott. Extra-Discard. Oh, Jank. Oh, Jank. Das tut so gut gerade. Das ist wichtig für die Mentalität. Das ist so wichtig. Ich habe nicht mal Kreis gedrückt. Ah, ist das schön. Das ist es nicht. Ich muss sagen, das ist für die Mentalität wichtig. Und weißt du, was noch wichtiger wird? Das Tor, was du jetzt kassierst, mein Lieber. Lass mir da auch Zeit. Ich gucke mir das genau an. R9 kann die eigentlich. Let's go. Kein Dreckspiel, ne? Das ist so krass. Das ist knacken, R9. Lass es knacken. Oh, mein Gott. Das ist so krass. Ich will ja nicht das Spiel gerade abbrechen, weil, Bruder, wenn du so eine rote Karte kassest und ich gleich noch irgendwie Matthew oder so das karten muss, ne? Und jetzt R9. Ja, und der muss natürlich gegen Lucio. Aber der verarscht Lucio. R9. Elf Meter. Ja, Davis. Wichtig. Oh mein Gott, ich hatte gerade so Angst. Ich hatte gerade so Angst. Stell vor, das wäre jetzt die zweite Rote gewesen, Jack. Dann wäre es auch mal gewesen. Ich sag's dir. Dann hätte ich keinen Verteidiger mehr. Und jetzt R9. Nutzt es. Nutzt es R9. Die fette Lücke durch die Rote. R9. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz, ganz ruhig. Und Davis hat Tempo. Und Davis hat Tempo, Jack. Tu es, Davis. Mach doch was, Mann. Und der hat Trivela. Digga. Bro, also langsam wird's lächerlich. Ich sag, wenn du das Ding hier nicht noch gewinnst, dann hast du es dir selber verschuldet. Dann hast du es dir so selber. Oh mein Gott. Also jetzt reicht's. Komm schon. Komm schon. Nein, nein. Und jetzt einfach noch hinten irgendwie gut stehen mit meiner scheiß Lücke da hinten. Ja, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ich hab auch echt das Gefühl, ich werde von Spiel zu Spiel schlechter. Normalerweise sollte man besser werden. Andere Leute werden besser, wenn sie dieses Spiel spielen. Ich werde einfach schlechter. Ja, komm. Und das Ding ist, ich hab auch einen unnötigen Discard. Ja, das stimmt. Du hast ja auch noch einen Discard. Ich hab's sogar voll vergessen schon. Ich hab nicht was gemacht, Digga. Das trigger mich auch nochmal. Okay, 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 Cenk. Das heißt, zwei Discards auf meiner Seite könnten brechen, aber der eine auf deiner Seite könnte auch eklhaft werden. Wir gehen zu den Discard-Freundern. Ja, das war die sinnloseste rote Karte, die ich je gesehen habe. Ey, das ist krass. Ihr seht, ich hab umgestellt. Ich will's hinter mich haben, deswegen mach bitte den einen Discard kurz. Es ist, nach meinem Glück, ich sag, es wird kein Haarland, es wird kein Messi, es wird so ein Mittelding, was mir wehtun wird. So ein Hullet, so ein Ferdinand, so ein Zidane. Und das wäre natürlich schon übelst brutal, aber dass es einfach wegen einer roten fucking Karte ist, die ich nicht mal selbst verursacht hab, ist toll. Ich denke, ich könnte es kurz machen, ich werde es aber lange, lange, lange herauszögern. Ich werde es herauskippeln. Ja, und desto länger werde ich deine zweite Cuts herauszögern. Okay, dann mach ich schnell, ich nehm den Torwart. Okay. Okay, ich hab nichts umgestellt, außer Messi auf RV gestellt. Schmeichel, Iken, darf ich den Discarden, oder? Ja, hol den einfach weg, was ist der Wert? 200k oder so, ne? 200, 200, also es geht auch besser mit Bronze, aber ich beschwere mich nicht, weg mit dem. Ich beschwere mich nicht, ich sag gerne, ich beschwere mich nicht. Oh mein Gott, okay, ich mach's auch nicht so langsam bei dir. Spaß, du wirst jetzt, es wird jetzt ganz lang. Fabio. Ja, ich nehme einmal den Linksverteidiger und einmal den Linksflügel. Linksverteidiger, Linksflügel, ganz trocken, linke Seite. Ach, Mann, ich hab gedacht, dass meine Taktik aufgeht, Cenk. Ich hab bei dir extra den Torwart genommen, aus allem Grund. Weil bei mir auch ein Bronze-Mann im Tor stand. Ich dachte, du nimmst ihn dann bei mir auch. Nein, nein, nein. Aber du weißt, was du getroffen hast, Cenk. Was? Du hast den Dritt, beziehungsweise die Dritt und die Viertbeste im ganzen Team getroffen. Du hast getroffen, Alexia Putejas, 2 Millionen Coins oder 1,8. Und dann nochmal Hansen, 1,2 Millionen Coins. Das heißt, 3 Millionen Coins, die hier rutschen gehen, Alter. Wenn du mir jetzt sagen, du hast ein kurzer Spoiler wegen meinem SBB, wer meins noch nicht gesehen hat, einfach kurz Pause machen oder skippen jetzt kurz die Szene. Du willst mir erzählen, du hast hier 7 Millionen Coins in zwei SBBs, das gerade? Ja, das ist zu viel, ne? Das ist wirklich insane gestört zu viel, Bro. Das geht gar nicht klar. Wie soll das denn passieren? Was soll denn passieren beim 100-Mio-SBB? Ach, was soll ich noch sagen, Alter? Ich mach dir SBC-Freund, ich hab dafür keine Worte mehr wirklich. Das ist geisteskrank mittlerweile, was hier abgeht. Ja, es ist soweit. Es ist soweit. Die nächsten 3 Millionen Coins gehen rutschen. Ich kann das wirklich nicht mehr, ne? Ich kann das wirklich nicht mehr, Bro. 3 Millionen Coins. Nee, ja. Das ist wirklich geisteskrank. Keine Ahnung. Backdobbled. Ja, ich drück die Karten weg, mein Lieber. Und ich weiß nicht mehr, was ich sagen kann. Du hast die letzten Worte vorhin. Lasst ein Like da. Wie gesagt, 400 Likes, 100 Mio-SBB. Abo da lassen, Cenk abchecken. Und du kannst jetzt noch was sagen, Cenk. Ja, Leute. Lasst ein Daumen nach oben da. 100 Mio-SBB muss kommen. Deswegen supporten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.